Neben dem neuen Luftreiniger Airbot Z2 und einem Fensterboots-Roboter stellte Ecovacs vor wenigen Tagen auch ein neues Saugroboter-Flagstuhl vor. Das neue Modell ist rechteckig, hört auf den Namen X2 Omni und ist ab sofort für 1.499 Euro im digitalen Handel. Ja, wer sich schnell entscheiden kann, bekommt das Modell zudem bis zum 14.09. im Vorverkauf 100 Euro günstiger. Hier die Besonderheiten. Die auffälligste Veränderung gegenüber dem Vorgänger X1 Omni ist das kompakte Design. Wir sehen einen deutlich schlankeren, flacheren Roboter und gleiches gilt auch für die Station des Modells und das gefällt mir richtig gut. Der Vorgänger war ja so ein absolutes Komplettpaket in Sachen Funktion, aber eines war der sicher nicht und zwar dezent und das ist beim Debot X2 anders. Der Hersteller setzt nun auf eine rechteckige Bauart für eine optimierte Kantenreinigung und was mich sehr beeindruckt, wir haben nicht einen, sondern gleich zwei Lidersensoren verbaut. Ja, wo ist der Laserturm fragt man sich und das ist gerade der clevere Punkt an dem Teil, denn der Laser ist in den Korpus des Roboters integriert. Das ist eine geniale Idee und so kann der Roboter unter Möbeln mit weniger als 10 cm saugen. Die neue Sensorik und KI soll zudem besser arbeiten. Die ist in der Lage maschinell zu lernen und kann auf diese Weise die Umgebung besser kennenlernen und so dann Hindernisse präziser umgehen und allgemein schneller und flüssiger navigieren als der Vorgänger. Genau diese Upgrades habe ich mir gewünscht, denn die Navigation wirkte beim X1 weniger flüssig als beim kontrahenten Roborock und das neue Design hier ist attraktiv und das integriert sich auch besser in den Haushalt. Ja, gleichzeitig bin ich in Sachen Navigation noch skeptisch oder sagen wir mal abwartend. Die Lidersensoren, die haben hier ein Sichtfeld von 210 Grad. Das ist mehr als beim Ufi Mach R1, der mit einem ähnlichen Konzept arbeitet. Aber da würde ich gerne sehen, ob das in der Praxis einen Unterschied macht gegenüber den bisherigen Lasertürmen mit 360 Grad. Man sieht es ja ein bisschen, dass der Roboter sich immer ein wenig dreht, um sich dann quasi umzuschauen. So super flüssig sieht das noch nicht aus. Ich wäre gespannt, ob der Roboter hier tatsächlich einen Lerneffekt hat und sich dann so ein bisschen weiterentwickelt. APP Weiterentwicklung. Auch die IECO Sprachsteuerung wurde verbessert und ist jetzt ebenfalls wieder mit an Bord. Ansonsten spendiert Ecovacs dem neuen Modell einen 8000 Pascal Sorgmotor. Und das ist ein ganz schöner Sprung gegenüber dem 5000 Pascal Modell vom Vorgänger. Das ist sogar etwas mehr als bei den derzeitigen Spitzenmodellen von Dreamy und Roborock. Wenn gleich solche Werte noch einem Praxistest standhalten müssen, haben wir Ecovacs bei derartigen Angaben mal sehr authentisch erlebt. Ich erinnere mal an den Osmo 950, der vor einigen Jahren mit lediglich 1500 Pascal auf dem Papier sagenhaft gut gereinigt hat. Auch die Akkukapazität wird auf 6400 mAh angehoben und sorgt für entsprechend ausdauernde Reinigungszeiten. Auch für Altbauten wird das Ding attraktiver und kann nun Türkanten von 2,2 cm überwinden. Der X2 kann übrigens jetzt auch die Wischpads anheben. Um 15 mm werden diese auf einem automatisch erkannten Teppich hochgeschraubt. Das ist eine Funktion, die sich gerade unter den High-End-Modellen sehr verbreitet und die der Vorgänger X1 Omni noch nicht hat. Die Station ist auch deutlich schmaler geworden, hat aber nichts an der Funktionalität eingebüßt. Ganz im Gegenteil, vollautomatisch wird der Staubwetter ausgesaugt. Die Wischpads werden hier ausgewaschen, das Schmutzwasser abgepumpt und der Roboter wird neu betankt. Dazu gekommen ist dann ein einzigartiges Feature und zwar arbeitet die Selbstreinigung mit 55 Grad warmem Wasser und dadurch lassen sich dann Schmutz und Fette besser lösen, was sich dann indirekt auf die Reinigungsleistung ausübt, weil es ja die Schmutzaufnahme der Mobs verbessert. Kenne ich so noch nicht und die schmalere Bauart gefällt mir wesentlich besser als die riesige Station des X1. Auch, dass man den Stationsboden hier für eine einfache Reinigung rausnehmen kann, finde ich wichtig. Ja, man kann sagen, Effizienz gesteigert, Reinigungsleistung gesteigert, das Saugen unter Möbeln ist möglich. Die Upgrades des X2 Omni sind signifikant. Mir gefällt die Richtung, die Ecovacs mit diesem Modell eingeschlagen hat. Wenn der sich in der Praxis so zeigt, wie der sich hier auf dem Papier präsentiert, ist das eines der besten Geräte auf dem Markt und käme dann auch in meine engere Wahl. Das Modell erinnert mich übrigens stark an den neuen Mach-R1 Always Clean, der allerdings in vier bis sechs Monaten erst rauskombiert, aber wir haben schon ein Video dazu gemacht, verlinke ich euch gerne. Wer unter euch beim X2 schon zugeschlagen hat oder jetzt zuschlagen möchte, den würde ich darum bitten, die ersten Eindrücke und Erfahrungen mal unter dem Video oder auch in unserer Sorgroboter-Community auf Facebook zu teilen. Jeder Nutzer, der 1.500 Euro ausgeben will, der wäre vermutlich über eure Einschätzung dankbar. Ja, und ansonsten die Frage an die Runde, was denkt ihr über das Ecovacs-Flaggschiff, wie ist so die allgemeine Meinung? Wir verabschieden uns erstmal und wenn wir ein Testgerät haben, dann hauen wir natürlich auch einen Test raus. Bis dahin, tschüss!